Hi, ho und herzlich willkommen zu JustCourse. Ja, ich mache jetzt gerade mein Telefon aus, nicht so wie in der letzten Folge. Jetzt dürfte mich auch keiner mehr stören beim Reinkommen. Hör ich zumindest, dass hier keiner mehr reinkommt. Ich habe vorhin ein bisschen böse geguckt. Ich mache mir immer hier das Licht an, weil ich habe das Problem, ich habe hier jetzt natürlich vor dem Schreibtisch, wer es natürlich kennt, wer mich natürlich öfters mal im Livestream verfolgt, weiß natürlich, dass ich über dem Schreibtisch eine neue Lampe hängen habe, eine LED-Lampe. So eine Art Neonrohr, aber das als LED. Ja, ich hänge hier gerade nebenbei im Teamspeak rum. Da drüben ist noch ganz viel zu tun. Auf der Seite, dann haben wir noch hier oben die riesengroße Insel. Ich bin echt mal gespannt, wie das hier oben abgeht. Also ich weiß, durch Kronk seine Let's Plays gucke ich natürlich an dieser Stelle mal ganz herzliche Grüße, mein Gutster. Ich würde sagen, wir machen heute mal eine kleine Fraggle-Zeichen-Runde. Wir haben jetzt alle soweit befriedet. Und ich hätte es euch angedroht, dass wir heute mal Fragezeichen machen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Nach dem anderen. Da sind die Doktor. Das ist gut. Brauchen wir einen. Hallo Bürger, unser wohltätiger Anführer hat beschlossen, die Inselmartes Lüthofor ein zu reichen, um dort ein Luxus-Urlaubsressort zu errichten. Nicht viele Länder geben so viel Geld für die Verbesserung ihrer Infrastruktur aus. Ihr habt wirklich Glück, dass ihr hier leben dürft. Viva Medici! Dich wird niemand vermissen. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Warum denn? Was denn? Hä? Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Wie ist er? Der ist in Kommen, Jungs. Weitermachen. Oh, tut mir leid. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich bin wirklich schön. Und sonst war ich jetzt verbrochen. Ich würde sagen, ich habe noch ein paar so einen kleinen Abendbund, beziehungsweise eine kleine Aufnahme hier, beziehungsweise, was ich sage mal, ich werde da jetzt gehen. Ich habe jetzt schon ein bisschen gesagt, es ist schon ein bisschen, ja, es ist schon ein bisschen, ja, es ist schon ein bisschen, ja. Au. Was? Ah, was haben wir denn da? Tja, wie gesagt, wir haben noch nicht einmal ein Teil gefunden. Wir hatten ja damals schon einmal einiges gehabt, ne, nichts gefunden. So, wo fliegen wir jetzt denn? Hier haben wir eine Stadt. Äh. Ich würde sagen, wir fliegen nach unten. Wir haben ja den Helikopter, da geht das immer noch. Da fliegen wir hier so schön nach unten, machen eine Schneise und nach der Schneise, ich weiß gar nicht, ob wir... Wir müssten ja dann irgendwie wieder da hochkommen. Müssen wir mal gucken, wenn wir das machen. Ach, ich sehe noch ein Fahrzeug. Na Gott sei Dank, was ist das denn? Boom-Insel. Hm. Oh, da sind wir ganz kurz hier raus, ich weiß gar nicht, ob ich bin. So. Ähm. Ich weiß gar nicht, ist hier unten noch? Gott sei Dank. So, dann fliegen wir nämlich hier erst mal die ganzen Fragezeichen ab. Hier ist noch eins, ähm. Wegpunktzug auf Garage, jetzt will ich gar nicht. So. Das ist jetzt. Oh Mann, das geht mir auf den Sack. Ja, deaktivieren. Hallo. Nein. Ich hoffe, ich stotze das hier nicht ab. Was geht mir auf den Sack, soll ich die Nachrichten? Ist dieser Computer nur doof? Ja, Computer. Das geht nicht. Das geht mir auf den Sack. Aber was sagt mir, wenn ich sowas sage? Das geht mir nicht ab. Ja. Ist das jetzt? Ja. Ach. ich habe eine nachricht für sie general lecken sie mich am arsch mein psychiatrische gutachter wollte mir keine gesundheitliche unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen ich habe ihm erklärt dass es mir nicht an moralischer verantwortung mangelt ich bin lediglich mit seiner moralität beziehungsweise mortalität nicht einverstanden so beginnt meine militärische laufbahn das schachbrett steht bereit und lockt mit der aussicht auf den ultimativen sieg jaja wir wissen ja schon wie das alles ausgeht ne so ich da kann ich hin ich bin auf jeden fall in teamspeak drinnen wo ist das denn ich bin auf jeden fall in teamspeak drinnen und 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 Ah, ich hab's gesehen. Das nehme ich. Hier ist ein Grafikfehler. Hallo Grafikfehler. Ich hoffe, mein Helikopter ist da. So, wie gesagt, wir machen heute mal so eine klitzekleine, ähm, Versuchrunde, beziehungsweise fliegen wir mal hier die paar Fragezeichen. So viele sind's ja hier nicht, ne? Lieber mache ich das jetzt, als wenn ich später nachher alle absuchen muss und dann kriege ich dann irgendwann mal wirklich einen Rabbel. Hey Rico, siehst du das Fahrzeug, das wir für dich markiert haben? Da drin sitzt ein feindlicher VIP. Kannst du es ausschalten? Oh, keine Zeit. Kann ich das nicht selber machen? Ich bin nur Befehle. Nicht schlecht, Rico. Nichts zum Angeben, aber ich bin schon unglaublich. Ich hab' gar nichts gemacht, weißt du. Unglaublich! Warum soll ich das nicht? Ups. Was muss ich aber gehen? Ups. Ups. No, Entschuldigung. Ich werde es gut gesengelernt. Das alles in die Asplombierung Tivegab. Ich werde heute interessant sind. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Tag 6. Ich habe mir die Alkoholsucht des Ausbilders zunutze gemacht, um in die Offiziersausbildung aufgenommen zu werden. Als sie meine Aufnahme von den Männern bestätigten, habe ich demütig behauptet, ich würde sie nie im Stich lassen. Jetzt muss ich neben dem Ausbildungslager meine Ausbildung zum Offizier absolvieren. Tja, keine miese Ratte, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir haben jetzt das Fragezeichen, dann fliegen wir dahin, dann fliegen wir dahin, dann haben wir glaube ich auch mal eins, da, da, da. Genau, dann fliegen wir von hier aus dann halt wieder nach oben. Fliegen hier hin, fliegen von hier nach hier, muss ich hier weiter nach unten, das muss ich so. Auf dem Rückweg nehmen wir das da mit. Ach, hier ist noch eins, guck mal, so habe ich das bei einer Versehen. Ne, falsche Taster. Dane, Ski. Dane, Ski. Dane, Ski. Dane, Ski. Was ist denn so? Was ist denn so? Wo ist denn dieses blöde Fragezeichen da? Was ist denn so? Was ist denn so? Die Schlafentzüge sind wertlos und schwach. Sie zerbrechen unter den schweren Rucksäcken und dem Schlafentzug. Ich lasse mir meine Schmerzen und meine Müdigkeit nicht anmerken. Die anderen nennen mich bereits General. Die Regierung kann ihre Körper haben, aber ihre Seele und ihre Loyalität gehören mir. Die Schlafentzüge sind wertlos und die Schlafentzüge sind wertlos und die Schlafentzüge sind wertlos. Die nächste. Die Schlafentzüge sind wertlos und die Schlafentzüge sind wertlos und die Schlafentzüge sind wertlos. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Schöne Fiese, die wir wegnehmen. Ich will auch so ein Teil. Wow, was ist das denn? Tag 27. Gefreiter Bonnet, ein annehmbarer Soldat, schmeichelt sich bei mir ein, weil er hofft, er könnte in meinem Windschatten Karriere machen. Es stimmt schon, meine zukünftige rechte Hand sollte ganz unten mit mir anfangen. Das erweckt den Schein von Ebenbürtigkeit. Allerdings eignet sich Bonnet wohl eher als Opferlamm, wenn die Zeit reif ist. Ich glaube, es ist ein bisschen... Ah, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Allein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sieht irgendwie wertvoll aus. So, jetzt sagen da manche auch mal nach der Folge Schluss. So, jetzt fliegen wir hier noch runter und wenn wir hier unten sind, würde ich sagen mal bei dem Fragezeichen dann nachher sind. Ich hoffe, sieht man eigentlich meine Maus? Ich hoffe, es sieht so aus. Ähm, wenn wir unten an der Ecke sind, dann ähm... Ja, dann... Feierabend. Ein Gericht, wie ihr seht, war schon eine gute Idee das so abzuarbeiten. Wir müssen dann halt das eine Fragezeichen, ob wir dann mitnehmen, aber ansonsten ist das was. Wie ist das? Hast du die Schreibe? Hast du die Schreibe? Hast du die Schreibe? Hast du? Ja. Was ist das? Das sage ich mir auch immer wieder, Ruhe in Frieden, so, was ist denn das, was ist das denn? Hey Rico, wir stehen alle hinter ihm. Sie war Fried, Flam? Sie war Fried, Flam? Sechster Januar, 59 bis 30. September 2013. Ich habe, glaube ich, einen kleinen Ister Act gefunden, oder? Oh, nicht schlecht. Hallo Fried! Schub dich weg! Rehe schubsen! Rehe schubsen! Kann man den über die Klippe schubsen? Äh... Äh... Hey, das rät Spaß! Oh! Oh! Ups! Hm... Hey, es geht ja wieder! Ich kann ja wieder was sehen! Sicher ist grad erst mal... War ein bisschen rein in den Kot gehabt... Tja... Achso, wir müssen ja noch... Da müssen wir hin... Ich hoffe ich kann da landen... Ne, wenn ich da nicht landen kann, hab ich die Arschkarte... Wir müssen noch ein paar Mal hinbekommen! Ich habe jetzt das Eifel, was aber... Ich habe jetzt das Eifel, was ich habe zuerst und steuern, ja! Ich habe jetzt die Angelegenheit... Ich habe jetzt die Angelegenheit... Ich habe jetzt den Angelegenheit... was haben wir denn da würde ich sagen fliegen wir jetzt noch zu der anderen seite wir hatten ja in der letzten folge fast eine stunde aufgenommen weil die sagen hier drüben aber dann am letzten fragen sich da hinten an den häusern sind also in der stadt dann machen wir auch feierabend einen schrein für eines von dir ravellos opfern ruhe in frieden lassen sie mich gehen hallo was ausprobieren gucken Das ist so gut. Oh, das ist weg. Yeah, my eyes. Ah, das ist schon da unten drin. Und dann geht es um den Tögen, um den Tögen, um den Tögen, um den Tögen zu sehen. So, wir haben es auch gleich geschafft. Das eine noch und dann haben wir auch Da, ich gehe in Schnellreisen. Quatsch. Ich habe meinen Helikopter, aber ich gehe in Schnellreisen. Äh, dahin müssen wir. Alte Taste. So wie du nicht reden, was du machen willst. Hier ist der Fall. So, wo ich nicht höre. So, wo ich nicht höre. So, wo ich nicht höre. Aus dem Weg. So, da wollen wir los. So, wo ich nicht höre. So, wo ich nicht höre. So, wo ich nicht höre. Ähm... Hm? 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 Oder was? Ah, sieht irgendwie wertvoll aus. Mensch, da haben wir es doch schon wieder fast geschafft haben. Ah, nein. Was sagen wir im Hades? So, ich würde sagen, ähm... Wie viele waren das jetzt noch? Das war da glaube ich nur noch das eine, oder? Hast du nur das eine Fragezeichen? Ach komm, da nehmen wir das eine noch mit und dann ist gut, dann haben wir die Folge voll und da sind wir juten fertig und dann kann ich dann... ...auf Screen schon mal mich vorbereiten auf hier oben. Ja. Machen wir so, oder? Ich glaube, wir sind damit einverstanden. Wie viele. Wie viele sind. Das ist der Schüssel zu 2.6. Wir sind ja auch so weit geschafft. Jetzt bin ich aber so ein bisschen hoch. Ganz schön, bei mir ist diese Frage effizient worden. Das ist der Schüssel. Das ist der Schüssel. Oh, das sah gar nicht gut aus. Doch, da ist keine Mission. Ich sorge dafür, dass dein Tod nicht umsonst war. So, ich würde sagen, das dürfte es gewesen sein. Ich gucke jetzt hier nochmal. Nicht, dass ich jetzt irgendwas vorsehen habe. Wird das vorsehen? Nö. Hier ist auch nichts, ne? Die Zeitung. So, jetzt gucke ich hier nochmal schnell durch. Aber ich glaube, wir hatten jetzt alle Fragezeichen. Es dürfte jetzt eigentlich nichts mehr sein. Ist nichts hier, ist nichts hier, ist nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Jetzt haben wir nur noch hier oben die Fragezeichen, ne? Hier oben ist auch keins. Gott sei Dank. Jetzt haben wir nur noch die hier, ne? Da möchte ich auch noch eine Schnellreise hin, würde ich sagen. So, ähm. So, jetzt geht's. So. 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 Dann brauch ich ein Spülkes und dann mach mal Feierabend, ich muss sagen. Hey, das ist doch auf Rädern gelangt. Hey, das musst du mir nachmachen. Ich hole mal den Müll von der Straße. Wo ist es hier? So, ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Ausblick hier, verabschiede ich mich für diese Woche. Ich kann ja, glaube ich, von hier aus, glaube ich, keinen Screenshot machen. Na, ist egal. So, also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.